Auf die Tagesordnungspunkte 39a und 39b. Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Abschöpfung der Extraprofite von Krisengewinnern wie Amazon sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Öffentliche Infrastruktur erhalten, Investitionspflicht einführen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort geht als erstes zu Herrn Fabio de Masi von der Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Viele Innenstädte in Deutschland sterben. Gerade nach der Coronakrise steht das Kleingewerbe und der Mittelstand unter Druck. Amazon feierte hingegen im letzten Jahr eine Corona-Party mit Rekordumsätzen. Diese krasse Wettbewerbsverzehrung, die muss ein Ende haben, meine Damen und Herren. Der Deutschlandfunk schreibt dazu, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, im Pandemiejahr 2020 hat der Logistikkonzern seinen Umsatz weltweit um mehr als ein Drittel erhöht. Auch in der EU stieg der Umsatz von Amazon um 36 Prozent auf rund 44 Milliarden Euro. Aber weil die Luxemburger Tochter von Amazon, in der das Europageschäft weitgehend gebündelt ist, gleichzeitig ein Verlust von 1,2 Milliarden Euro auswies, zahlte Amazon in dem Rekordjahr 0 Euro Körperschaftssteuer in der EU. Zitat Ende. Denn Amazon verschiebt Gewinne durch künstliche Kredite und Lizenzgebühren, die es an seine eigenen Tochterfirmen in Steueroasen zahlt, wie Amazon-Pakete über Ländergrenzen und in Steueroasen in der EU. Dort werden diese Einnahmen aber häufig nicht als Gewinn behandelt und versteuert. Amazon kauft auch weltweit Unternehmen auf, um sich aufzupumpen, Märkte zu beherrschen und Gewinne künstlich kleinzurechnen. Der Internationale Währungsfonds regte kürzlich die Einführung einer sogenannten Übergewinnsteuer an, und zwar zusätzlich zu den Debatten, die wir auf internationaler Ebene um die Mindestbesteuerung haben. Eine solche Übergewinnsteuer soll abnormale Profite abschöpfen. Dabei werden Gewinne mit einer normalen Situation, also keiner Pandemie, verglichen und eine gewisse Wachstums- und Investitionsrate unterstellt. Eine solche Steuer gab es bereits in den USA, in Kanada, in Frankreich und Italien und Großbritannien, erwägt diese einzuführen. Damit alleine würde man Amazon aber nicht treffen, da sie ja behaupten, gar keine Gewinne in Europa zu erzielen und nur Gewinne betroffen wären, die der deutschen Gewinnbesteuerung unterliegen. Daher braucht es eine ergänzende Maßnahme, Quellen oder Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen, meine Damen und Herren. Das heißt, wenn Amazon Deutschland einen fiktiven Zins auf einen fiktiven Kredit von, sagen wir, Amazon Luxemburg nach Luxemburg bezahlt, würde bereits darauf eine Steuer entrichtet. Mit solchen Maßnahmen, nur mit Druck, erhöhen wir den Anreiz für Steuerkooperation. Denn wir haben ja nun eine Einigung auf Ebene der G7-Staaten, auf die der Finanzminister besonders stolz ist, auf eine Mindeststeuer. Aber diese soll gerade einmal 15 Prozent betragen. Das ist ungefähr das Niveau von Irland, der Schweiz oder Singapur. Selbst US-President Biden wollte eine höhere Mindeststeuer von 21 Prozent. Deswegen haben Facebook, Amazon und Co. die Mindeststeuer auch begrüßt. Die wissen nämlich, dass sie dadurch kaum mehr Steuern in Europa zahlen werden. Denn was bringt eine Mindeststeuer, wenn wir am Ende zwar eine Mindeststeuer haben, aber dann alle die Steuern auf das Niveau von Irland senken? Und ich warte nur auf den Tag, wo der BDI genau auf diese Idee kommt. Auch das Finanzministerium scheint übrigens von der derzeitigen Lösung nicht so beeindruckt zu sein, wie das vielleicht manchmal in der Pressemitteilung im Wahlkampf so klingt. Denn ich habe das Finanzministerium gefragt, wie viel Mehreinnahmen Sie denn von der jetzt gefundenen Vereinbarung erwarten. Und Sie sprachen davon, dass Sie das gar nicht sagen können und moderate fiskalische Impulse erwarten würden. Das klingt nicht nach einem großen Wurf. Die EU und auch der deutsche Finanzminister wollten keinen höheren Steuersatz durchsetzen, weil sie befürchteten, dass Ihnen sonst die EU-Steuerbasen wie Irland oder Luxemburg von der Fahne gehen. Deswegen wäre es aber gerade richtig gewesen, den Druck durch Straf- bzw. Quellensteuern zu erhöhen, damit wir sie zwingen, dass sie sich bewegen müssen in dieser Debatte. Und so haben Sie es ja auch bereits gemacht, nämlich jetzt für die Länder, die auf der schwarzen Liste der EU für Steueroasen stehen. Das Problem ist aber, das sind nicht die relevanten Steueroasen. Und selbst mit einem Unternehmenssteuersatz von Null landet man nicht automatisch auf dieser Liste. Das ist so, wie wenn ich mit 100 Prozent Alkohol im Blut in die Alkoholkontrolle fahre und sage, ich bin nüchtern. Ein weiteres Problem, auch mit der jetzt gefundenen Lösung um die Mindestbesteuerung, ist noch überhaupt nicht klar, wer den Anspruch hat auf die zusätzlichen Steuern, sofern sie denn überhaupt anfallen. Denn Steuern stehen grundsätzlich dem Land zu, wo Konzerne ihren Muttersitz haben. Und das ist nun mal bei den Big-Tech-Konzernen, sind das die USA. Es gibt deswegen eine Diskussion um die Säule 1 im OECD-Prozess. Und da geht es darum, dass man eben auch guckt, wo erwirtschaften diese Konzerne ihre Umsätze. Und wenn sie dann einen bestimmten Anteil in Deutschland erwirtschaften, dann stünde ihnen auch ein gewisser Anteil des Steuerkuchens zu. Eine Einigung darüber ist aber noch nicht erzielt. Wir müssen den G20-Gipfel in Venedig im Juli dazu abwarten. Und es ist derzeit noch nicht einmal klar, dass Amazon unter diese Regelung fallen würde, weil es auch eine Gewinngrenze gibt. Und deswegen sagt der französische Ökonom und renommierte Ungleichheitsforscher Thomas Piketty, dass die G7 mit diesem Kompromiss, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, Steuerhinterziehung legalisieren würde. Er fragte rhetorisch, Zitat, glauben die, dass wir dumm sind? Ich würde auch gerne 15 Prozent Steuern zahlen. Wir sind nicht dumm. Und deswegen sagt die Linke, es braucht eine Übergewinnsteuer und Strafsteuern auf Finanzflüsse ins Steuerrasen. Vielen Dank. Das Wort geht an die CDU-CSU-Fraktion mit Fritz Günstler. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es war ja spannend zu beobachten, dass Herr Kollege De Masi mehr über Dinge gesprochen hat, die gar nicht im Antrag stehen. Denn dieser Antrag kommt ja sehr schmal, sehr unkonkret daher. Und er hat über viele Steuervermeidungsbemühungen der Staaten gesprochen, die wir übrigens alle, Herr De Masi, darum wollte ich ja, dass auch Sie was lernen, die wir übrigens alle angegangen sind. Also wenn Sie beobachtet hätten, dass wir den BEPS-Prozess umsetzen, dass wir ein ATAT-Umsetzungsgesetz haben, dass wir ein Steueroasengesetz, das Sie auch erwähnt haben, haben, dann hat diese Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen in dieser Legislaturperiode, in dieser 19. Legislaturperiode, einiges erreicht. Und darauf sind wir auch wirklich stolz. Und das können wir auch gemeinsam auch sein, meine Damen und Herren. In diesem sehr unkonkreten Antrag wird zunächst ja die These aufgestellt, die nur zum Teil richtig ist, dass die Wirtschaft selbstverständlich in der Pandemie stark betroffen ist. Aber wir müssen da auch ein bisschen genauer hingucken, meines Erachtens. Denn das Gute ist ja, dass die Wirtschaft überraschenderweise doch recht robust aus dieser Krise herausgekommen ist. Das ist natürlich branchenspezifisch unterschiedlich. Das verarbeitende Gewerbe besser als das Dienstleistungsgewerbe. Aber es ist doch schon erfreulich zu sehen, dass wir nach einem Minus von 4,8 Prozent bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2020 Erwartungen haben, in diesem Jahr 3,5 bis 4 Prozent Wachstum zu haben oder 2022 wahrscheinlich sogar über 4,5 Prozent Wachstum. Das ist ein Erfolg unserer Politik in dieser Pandemie, dass wir die Wirtschaft unterstützt haben mit erheblichen Wirtschaftshilfen. Und das können wir uns auch gut schreiben. Und das sollten wir auch laut nach draußen sagen, meine Damen und Herren. Das haben wir alles auch steuerlich flankiert. Und von daher ist es natürlich spannend, wenn die Linke jetzt noch mal in die steuerliche Mottenkiste greift und die Übergewinnsteuer herausholt. Und Herr De Masi hat ja auch darauf hingewiesen, dass es die in der USA mal gegeben hat. Ja, stimmt. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es die mal. Und in Deutschland gab es sogar mal Überlegungen, 1973 im Rahmen der Ölpreiskrise sie einzuführen. Das ist aber immer aus guten Gründen verworfen worden. Und Sie haben selber erkannt in Ihrem Antrag, weil Sie zweistufig argumentieren, dass diese Übergewinnsteuer natürlich nur diejenigen trifft, die auch unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtig in Deutschland sind. Und die Gewinne, die in Deutschland nicht besteuert werden, erreichen Sie mit dieser Übergewinnsteuer nicht. Darum kommen Sie ja dann mit der Digitalsteuer. Also den Amazon-Fall, den wir auch genau im Auge haben, den Sie besprochen haben, erreichen Sie mit der Übergewinnsteuer gar nicht. Und von daher ist das so ein bisschen Mogelpackung auch, die Sie hier vorgetragen haben. Und was ist denn eigentlich der Übergewinn? Wie wollen Sie den definieren? Haben Sie die Antwort schon darauf gefunden? Sie müssten dann ja auch argumentieren, das ist ein Mehrgewinn bezogen auf welche Sollgröße. Ist das eine Durchschnittsgröße? Ist das der letzten Jahre des Unternehmens? Ist es eine Gewinnmarge aus der Branche, die überschritten wird? Wie neise ich nach, dass dieser Gewinn dann tatsächlich coronabedingt ist? Alles Fragen, die Sie völlig unbeantwortet lassen, die übrigens immer dazu geführt haben, dass diese Steuer nicht eingeführt wurde. Und das sollten wir auch so lassen, meine Damen und Herren. Wie gesagt, diese Steuer würde nur die treffen, die in Deutschland steuerpflichtig sind. Und wir arbeiten natürlich daran, dass auch die großen Digitalkonzerne ihrer Steuerpflicht in Deutschland gerecht werden. Darum setzen wir das BEPS-Projekt ja auch um. Und nun fordern Sie mal wieder die Einführung einer nationalen Digitalsteuer. Vergessen aber, dass wir im europäischen Kontext an einer EU-Digitalsteuer derzeit arbeiten, wo drei Prozent erhoben werden sollen, auf die Einnahmen aus Online-Werbung, Verkauf von Nutzerdaten oder die Bereitstellung von Online-Marktplätzen. Das wissen Sie, das wird diskutiert und ist jetzt genau aufgrund des Prozesses, die Sie dann auch geschildert haben, bis zum Sommer erst mal zurückgestellt worden. Auch diese Digitalsteuer hat natürlich ein grundsätzliches Problem. Sie ist ertragsunabhängig. Also Unternehmen, die keine Gewinne machen, werden auch diese Steuer zahlen müssen. Die wirkt wie eine Substanzsteuer. Und das lehnen wir eigentlich grundsätzlich ab. Dann haben Sie das Problem, dass Sie gar nicht wissen, wie Sie ein Digitalunternehmen definieren. Da lässt sich Ihr Antrag auch nicht aus. Und wenn Sie sich mit dem BEPS-Prozess mal eher ausführlicher beschäftigen würden, dann wissen Sie, dass es den Aktionspunkt 1 gab, wo auch die OECD mal versucht hat, ein Digitalunternehmen zu definieren, was nicht gelungen ist. Natürlich steht es unter Punkt 2. Sie wollen die Digitalunternehmen mit Ihren Einnahmen besteuern. Und dann ist dann die Frage, ob diese Digitalsteuer, wenn man sie denn trotz aller Bedenken einführen würde, überhaupt zielführend ist. Wir haben schon immer gesagt, diese Digitalsteuer wird letztendlich nicht von den Unternehmen getragen, sondern am Ende wieder von den Kunden. Und das können wir jetzt auch sehen. In Frankreich wird jetzt ab 1. Mai diesen Jahres ein Zuschlag auf diese Leistungen, die die Bemessungsgrundlage bildet, von 2 Prozent erhoben, in Österreich seit dem 1. November von 5 Prozent. Also nicht das Unternehmen, das Sie treffen wollen, zahlt die Steuerlast, sondern der Kunde. Also diese Steuer ist überhaupt nicht zielführend. Von daher gehört die auch in die steuerliche Mottenkiste in diesem Punkt. Lieber Kollege Günstler, der Herr Kollege Ernst hätte eine Zwischenfrage. Nein, wir machen mal fertig, glaube ich. Dann hat dankenswerterweise der Kollege dann doch noch darauf hingewiesen, dass es einen erfolgreichen OECD-Prozess gibt. Denn ich glaube, dass wir diese Steuervermeidungspolitik, oder das gegenaggressive Steuerplanung tätig sein, nicht national lösen können. Wir werden das nur international lösen können. Von daher ist es richtig, dass Wolfgang Schäuble den BEPS-Prozess angeschoben hat, den Olaf Scholz, wie ich finde, auch, das sage ich sogar als CDU-Politiker, erfolgreich weitergeführt hat. Dass wir in der Politik der Säule 1 und Säule 2 der OECD-Vorschläge ein erhebliches Stück vorangekommen sind. Da wird es Detailprobleme geben in der Säule 1, wo es ja um die globale Neuverteilung von Besteuerungsrechten geht, wo wir auch als Bundesrepublik Deutschland aufpassen müssen, dass nicht zu viel des Steuerkuchens uns verloren geht im Ergebnis. Aber dennoch sind wir bereit, darüber zu diskutieren, um auch mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen. Denn auch Steuerpolitik kann was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, sodass auch Entwicklungsländer und andere Nicht-Industriestaaten ihren Teil bekommen, damit sie auch ihr Staatswesen aufrechterhalten können. Viel entscheidender ist die Säule 2. Das ist die globale effektive Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen. Ich halte das für einen riesen Erfolg, wenn 15 Prozent dort erreicht werden können. Irna liegt derzeit bei 12,5 Prozent. 15 Prozent ist ein guter Erfolg. Ich wünsche Olaf Scholz bei der G20-Finanzministerkonferenz im Juli in Venedig vollen Erfolg, und dass das umgesetzt werden kann. Denn das wäre wirklich ein Quantensturm in der internationalen Steuerpolitik. Das wären Maßnahmen, die tatsächlich wirken, dass große Digitalkonzerne wieder ihre Steuern bezahlen und damit ihren Beitrag für das Staatswesen, für die Infrastruktur leisten. Von daher alles Gute, Herr Scholz, bei den Verhandlungen. Wir werden dann aber viel mehr darüber diskutieren müssen im Wahlkampf, als immer nur über die Themen zu diskutieren, über die wir heute gesprochen haben, indem wir Strategien von Unternehmen durchkreuzen, die ihren Steuerpflichten nicht so nachkommen, wie wir das wollen. Wir brauchen auch die Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts. Von daher empfehle ich doch jedem, auch in das kluge Wahlprogramm der CDU-CSU zu schauen, wo sie wichtige Aspekte finden, die übrigens alles das aufgreifen, was diese CDU-CSU-Fraktion im November 2019 schon beschlossen hat. Wir können eine Entfesselung der deutschen Wirtschaft mit einem klugen Unternehmenssteuerrecht schaffen. Mit dieser Fraktion können wir das umsetzen. Darauf freue ich mich in der nächsten Periode. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort erhält Herr Kollege Ernst von der Fraktion Die Linke für eine Kurzintervention. Bitte zwei Minuten einhalten. Das geht sehr schnell. Herr Künstler, ich habe Ihnen jetzt genau zugehört. Sie kommen mir vor wie einer, der vor der Suppe sitzt und so lange den Kopf schüttelt, bis wirklich die ganze Perücke reinfällt. Das bringt uns doch nicht weiter. Ich habe keinen einzigen Vorschlag von Ihnen gehört, der jetzt irgendwie ansatzweise auf das Problem, das Sie ja gar nicht bestritten haben, eingeht. Ich glaube, Sie bestreiten ja nicht, dass momentan die genannten Unternehmen exorbitante Gewinne in einer ganz besonderen Situation machen. Und der Vorschlag, den wir gemacht haben, war ja, dass wir genau mit den Vorschlägen das abschöpfen könnten, was andere Länder tun. Sie haben jetzt ganz allgemein über Steuerrecht gesprochen, das stimmt. Aber haben Sie denn einen konkreten Vorschlag, wie wir das, was wir in diesem Antrag als besonderes Problem bezeichnen, das Sie nicht bestritten haben, wie wir das lösen können? Denn da sind Sie jeder Antwort eigentlich schuldig geblieben. Sondern Sie erkennen das Problem, das haben Sie auch genannt, aber keine einzige Idee, wie man das Problem lösen könnte. Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie da vielleicht noch einen Satz sagen könnten. Denn sonst würde ich einfach nur sagen, nörgeln am Antrag ohne jeden Sinn. Herr Kollege Günzler, Sie möchten antworten. Herr Kollege Ernst, leider hatte ich nur acht Minuten Redezeit, die nicht ausreichend ist, die verschiedensten Maßnahmen dieser Koalition darzustellen, die wir genau in diesem Bereich gemacht haben. Und wenn Sie sich mit dem OECD-Projekt tatsächlich beschäftigt hätten oder auch persönlich würden, wissen Sie auch, dass genau das die Handlungsstränge sind, wo wir genau da eine Lösung schaffen wollen. Und wenn Sie erklären, Sie wollen Übergewinne bei den Digitalkonzernen, die übrigens lieber Fabio De Masi in Ziffer 2 wortwörtlich erwähnt sind, wenn erreichen wollen, dann werden Sie das mit Ihrer Übergewinnsteuerung halt nicht erreichen, weil die derzeit gar nicht steuerpflichtig mit Ihren Gewinnen in Deutschland sind. Von daher läuft der Punkt 1 in dem Punkt völlig leer. Ich frage mich, wem Sie wirklich mit dem Punkt 1 erreichen wollen in Deutschland. Wieso? Wir haben eine gleichmäßige Besteuerung bei der Körperschaftssteuer in Deutschland mit 15 Prozent. Wir haben keine lineare Progression wie beim Einkommenssteuertarif im Körperschaftssteuertarif. Warum wollen Sie den einführen? Und da sind wir gegen. Halten Sie noch für falsch. Sie wollen ihn für Corona-bedingte Mehrgewinne einführen, definieren gar nicht, was Corona-bedingte Übergewinne sind. Von daher müssen Sie doch Ihren Antrag verteidigen, der völlig unkonkret ist, der nichts bewirkt. Aber das ist das Leid der Opposition und leider auch das Leid Ihrer vielen Steueranträge. Sie haben hier noch nichts bewirkt im Deutschen Bundestag. Vielen Dank. Das Wort geht an Kollegen Albrecht Glaser von der AfD-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Tat will ich versuchen, mit dem sehr schmalen Antrag mich zu beschäftigen und nicht mit darüber hinaus allgemeinen, welterklärenden Themen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe zunächst überlesen da oben und dachte, da steht Extraprofite von Kriegsgewinnern. Das hat mich zunächst ganz gut überzeugt oder wie soll ich sagen, habe ich vermutlich gehalten, dass man dazu einen Antrag stellt. Denn in der Tat gab es diese sogenannte Übergewinnsteuer nur in den USA, als die USA sich für den Eintritt in den Ersten Weltkrieg rüstete. Um 1918 auf den Kontinent zu kommen, musste man 1917 schon ordentlich Waffen bauen. Und da wurde tatsächlich ein progressiver Steuersatz in den USA eingestellt. Das war eine Riesenwaffenfabrik. Und da war völlig klar, dass dort bei dieser Staatsnachfrage Effekte entstehen bei der Rüstungsindustrie in Amerika. Wo man darüber nachdenken kann, die vielleicht abzuschöpfen. Das Gleiche galt auch für Großbritannien. Großbritannien hat 1915 mit diesem Thema angefangen, bis 1921 übrigens auch diese Extrasteuer gemacht. Und die Franzosen haben es auch gemacht. Aber zurück also zu den Krisengewinnern und nicht den Kriegsgewinnern. Die Ziffer 1 des Antrags sagt, außerordentliche in Pandemiezeiten erzielte Gewinne von Unternehmen, die der inländischen Gewinnbesteuerung unterliegen, werden eine Übergewinnsteuerung. Das löst natürlich in der Tat sofort die Frage auf, aus welchen Gewinne von welchen Unternehmen in der Corona-Zeit kann man sich vorstellen, die als Übergewinne entstanden werden. Die Krankenhäuser vielleicht. Oder die Lebensmittelindustrie, die zwar die selben Leute versorgt hat, wahrscheinlich mit ähnlichem Umsetzen, wenn man sie alle zusammenrechnet, aber vielleicht auf weniger Zeit zusammendrückt. Also es fällt mir schwer, ich glaube auch, es kommt sonst keiner drauf, jetzt Übergewinne zu identifizieren, mal abgesehen davon, dass sie natürlich nicht definiert sind. Was ist ein Übergewinn? Der Kollege Günzler hat dazu alles gesagt, das will ich gar nicht wiederholen. Aber jeder, der was von Steuern versteht, würde das so ähnlich argumentieren. Also ist die Ziffer 1 schon für die Hasen. Jetzt kommt die Ziffer 2. Eine Quellensteuer auf die in Deutschland erwirtschafteten Umsätze von Digitalkonzernen, die ihre hierzulande erzielten Gewinne im Ausland erfassen, wird eingeführt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Quellensteuer auf hier erwirtschaftete Umsätze ist dann schon wahrscheinlich gar keine Ertragssteuer. Ein Thema, das immer auftaucht, wenn diskutiert wird über das Thema Digitalsteuer, dass man nicht weiß, und übrigens die OECD auch nicht, ob das eigentlich eine Umsatzsteuer werden wird oder eine Gewinnsteuer. Wenn es eine Umsatzsteuer werden wird, dann ist es in der Tat so, dass nur der Verbraucher sie trägt. Das heißt, ich habe gar nicht die Ertragskraft des Unternehmens überhaupt getroffen. Beim Gewinn ist es halt nun mal so, dass wenn Daimler-Benz in Deutschland sitzt und in China Autos verkauft, dann werden diese Umsätze, aus denen Gewinne generiert werden, in Deutschland Gottlob besteuert. Das gilt für VW Brasil und für viele andere und für BASF und für alle, die wir machen. Es ist hochgefährlich, bloß weil die Amis jetzt tüchtige Elektronikkonzerne haben, an der Schraube zu drehen, so zu tun, als sei der Sitzort nicht der maßgebliche Ort für die Frage der Gewinnbesteuerung. Natürlich in einer Konzernstruktur, die die Gewinne letztlich an den Sitzort schleust. Wir haben das im Finanzausschuss über Monate immer wieder diskutiert. Ich erinnere mich an den frühen Ministerialdirektor, der dann umgekehrt gegangen, der immer warnend gesagt hat, hört auf, das Steuersubstrat umzudefinieren, dann wird Deutschland der Riesenverlierer sein, denn wir sind nun mal Exportweltmeister. Und wenn der Exportweltmeister zulässt, ist, dass das Steuersubstrat nicht mehr am Ort der Unternehmenssitze hergestellt wird, sondern da, wo die Umsätze getätigt werden, das wird in China sehr interessant, wenn die Chinesen dann Steuern auf die verkauften Autos deutscher Unternehmen erheben. Insofern, lieber Herr De Masi, spielen Sie wirklich weit unter Ihrem Niveau. Das kann überhaupt nicht funktionieren, was hier drin steht. Und deshalb ist tatsächlich die Frage, was Sie sich dabei gedacht haben, dieses, muss man schon sagen, wirklich armseelige, dünne Umsatzpapier hier vorzulegen, vielleicht noch abschließend. In der Tat ist es erstaunlich, dass zwar Amazon weltweit eine Riesenumsatzexplosion hatte, aber gar nicht mal in Deutschland. Ich habe mir extra die Zahlen noch mal angeschaut. Das heißt, Sie kämen selbst, wenn Sie da dran kämen, nicht zu einer größeren Beute, die Sie gerne machen würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort geht an Bernhard Daltrup von der SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Fritz, du mir leid, ich habe nur vier Minuten. Deswegen kann ich es nicht so ausführlich machen, wie du das eben angefangen hast, und kann ich über Webse und das Steueroasenbekämpfungsgesetz und anderes reden. Es gibt im Übrigen zwei Anträge. Es gibt im Übrigen zwei Anträge, die die Linken stellen. Das Interessante bei diesen Anträgen sind eigentlich die Daten, und zwar deswegen, weil eigentlich beide Anträge ein Stück weit schon überholt sind, und zwar maßgeblich durch das Handeln von Olaf Scholz. Da komme ich gerne gleich darauf zurück. Die Linke fordert zum einen die Profiteure der Corona-Pandemie, die großen Digitalkonzerne wie Amazon etc. steuerlich stärker zu belasten. Wer wollte da was gegen haben? Wir haben es nicht. Die Übergewinnsteuer ist jetzt ein spannendes Konzept, und die Linke fordert diese Steuer aus zwei Gründen. Erstens, um zu zeigen, dass sie auf der Höhe der Zeit ist. Daran habe ich eigentlich keinen Zweifel. Ich empfehle im Übrigen die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes zu dem Thema. 28 Seiten, da kann man das alles nachlesen. Herr Glaser hat das sogar gemacht. Und zweitens im Bewusstsein, dass der Antrag abgelehnt wird. Ja, das wird auch passieren. Vor drei Wochen haben sich die Finanzminister der G7 auf eine revolutionäre Neuordnung der Besteuerung internationaler Konzerne geeinigt. Das ist doch mal wichtig festzuhalten. Darüber haben wir jahrelang gesprochen, dass das endlich gelingt. Und das ist ein historischer Durchbruch, der ohne den Einsatz von Olaf Scholz nicht passiert wäre. Die Internetgiganten können sich zukünftig eben nicht mehr ihrer Steuerpflicht dadurch entziehen, dass Gewinne in Niedrigsteuerländer verschoben werden. Amazon, Apple, Facebook, Google werden künftig stärker zur Finanzierung von Investitionen, öffentlicher Aufgaben herangezogen. Und zwar nicht irgendwie im akademischen Diskurs, sondern im tatsächlichen Leben. Jahrelang haben wir darüber diskutiert. Wird also der Gewinn in einer Tochtergesellschaft im Ausland innerhalb eines international festgelegten Mindeststeuersatzes von eben beispielsweise 15 Prozent besteuert, darf der Staat die Differenz zum Mindeststeuersatz nachversteuern, indem die Muttergesellschaft ihren Sitz hat. Ich glaube, diesen Erfolg muss man nicht relativieren. Dadurch, dass man mit der Übergewinnsteuer sozusagen ein neues Thema aufmacht, das nicht im Vordergrund steht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass statt mit interessanten Varianten der Steuerfindung zu experimentieren, es eine Aufgabe der politischen Linken in Europa wäre, dass solche Konzepte und Vereinbarungen tatsächlich Wirklichkeit werden, dass so ein Weg stark gemacht wird, statt sich sozusagen mit akademischen Debatten auseinanderzusetzen. Ich fand es sehr beeindruckend, wie Martin Schulz gestern nach langjähriger Erfahrung an Mitgliedschaft im Europäischen Parlament nach 23 Jahren genau diesen Aspekt deutlich gemacht hat, wie wichtig die Entscheidung für den G7 für Europa eigentlich ist und dass sie nicht erst auf europäischer Ebene getroffen worden ist. Das ist doch die politische Aufgabe, die wir tatsächlich haben aus der Bundesrepublik Deutschland. Und dass das gelungen ist mit Olaf Scholz an der Spitze, dafür, finde ich, müssen wir außerordentlich dankbar sein. Das ist eine ausgesprochen gute Sache. Ich gehe nicht auf die Details ein, ich will den zweiten Antrag eben erwähnen. Der ist interessanterweise aus Oktober 2019, auch ganz pfiffig, und fordert eine Investitionspflicht. Kurz darauf ist dieser unvorhergesehene Konjunktureinbruch durch die Corona-Krise tatsächlich eingetreten. Was aber eben nicht eingetreten ist, ist die befürchtete Verschärfung des Investitionsstaus. Ganz im Gegenteil. Die Investitionen, die kommunalen beispielsweise, haben sich trotz der Pandemie 2020 deutlich positiv entwickelt. Sie sind 2020 um 7 Prozent gestiegen. In diesem Jahr wird mit einem weiteren Anstieg um rund 10 Prozent auf 38,7 Milliarden gerechnet. Ich sage mal, vor sieben Jahren, als ich angefangen bin hier, waren das im Jahr 22 Milliarden bei den Kommunen. Es ist dramatisch, nein, das ist doch gar nicht wahr. Wir haben nicht gegen die Krise gespart, sondern mit gezielten Maßnahmen zur Konjunkturbelebung und mit zusätzlichen Investitionen reagiert. Wenn man jetzt sozusagen auf der Höhe der Zeit sein will in diesem Thema, dann geht es nicht darum, einfach nur die Investitionsseite zu betrachten, die zusätzlich gestärkt werden muss, sondern die Finanzverteilung, vor allen Dingen zwischen Ländern und Kommunen, und Teile auch der Steuerverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, weil das ist in Wirklichkeit ein Problem. Das Thema Altschulden im Übrigen auch, zu deren Abbauunion aber FDP leider im Moment nicht bereit sind. Aber lernt dazu, lernt dazu, lernt dazu. Ich will zuletzt darauf hinweisen, dass wir auch in den Folgejahren jedes Jahr 50 Milliarden an zusätzlichen Investitionen drin haben. Bis 2025 die Rekordsomme von über 200 Milliarden. Das heißt, alles das, was auch die Linke vor wenigen Jahren für unmöglich erklärt hat und permanent gefordert hat, das ist Wirklichkeit. Und wenn das Wirklichkeit bleiben soll, dann sollten wir Olaf Scholz herzlich danken dafür und ihn am besten auch noch zum Bundeskanzler wählen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, Fritz, du darfst noch einmal anders wählen. Katja Hessel von der FDP-Fraktion hat als nächstes das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die letzte steuerliche Debatte vor dem PUA-Untersuchungsausschuss in dieser Legislaturperiode beschäftigt sich mal wieder mit der Einführung einer neuen Steueridee von der linken Seite dieses Hauses. Obwohl, wenn man jetzt mal sagt, so richtig neu ist sie ja nicht, das haben wir jetzt auch gerade gekriegt, Kriegssteuer, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, also ein Griff in die richtige steuerliche Mottenkiste. Wenn wir Ihnen jetzt aber zugehört haben, geschätzter Kollege De Masi, dann ging es ja auch gar nicht mehr so um die Geschichte, was passiert denn eigentlich mit dieser Übergewinnsteuer, sondern da waren wir jetzt ein bisschen im internationalen Steuerrecht unterwegs, BEPS-Prozess, OECD-Einigung, Mindeststeuer. Es kam viel, was nicht in dem Antrag steht. Und dazu haben die Kollegen vorher auch schon was gesagt, weil der Antrag an sich ist relativ dünn. Auch wenn man sich das wissenschaftliche Dienstgutachten durchgelesen hat, was so ein Übergewinn ist, Krisengewinne, Pandemiegewinne, Es wird schwierig, sage ich ganz vorsichtig, weil wenn man viele Unternehmen anguckt, die jetzt in den letzten Jahren trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage Gewinne gemacht haben, fällt mir jetzt zum Beispiel ganz vorne dran ein, Biontech, was haben wir Biontech gefeiert für den Impfstoff? Die haben im letzten Jahr ihren Gewinn verzehnfacht. Wollen wir jetzt sagen, wir wollen diese Gewinne nehmen, die in neue Impfstoffe gehen, die in die Gesundheit gehen und wollen die jetzt nehmen, um Schulden auf anderer Seite wieder zu bekämpfen? Ich glaube, das kann es nicht sein, Kollege De Masi. Und auch wenn Sie ständig bestreiten, Kollege Günzler hat es ja noch mal vorgelesen, es geht natürlich um die Digitalsteuer, als Umsatzsteuer, als Quellensteuer, noch mal zusätzlich auch drauf, weil auch Sie dahinter gekommen sind, dass die Emasons dieser Welt hier überhaupt nicht mit einer Übergewinnsteuer zu besteuern wären. Auch da ist mehrfach dafür hingewiesen worden, dass dies zum Schluss auch der Verbraucher trägt und vor allem auch der Punkt, dass wir durch gerade jetzt die Mindeststeuer in dem OECD in diesem Bereich drin sind, wo wir auch hin müssen. Wir können die ganzen Probleme nicht national lösen, wir müssen sie international im Kontext lösen. Und ich bin sehr froh, dass hier eine Einigung erzielt worden ist. Nichtsdestotrotz, auch dieser Punkt muss noch einmal gesagt werden, ist es für Deutschland auch ein gefährlicher Weg. Wir verlieren damit auch Steuersubstrat, auch wenn es momentan sehr weit oben ist, aber es ist der Einstieg. Und wir sind nun mal eine Exportnation und müssen sehr darauf aufpassen, wo unser Steuersubstrat hingeht. Deswegen, Herr Scholz, es ist ja schön, dass Sie an dieser Debatte teilnehmen und der Hinweis von vor drei Wochen noch mal gut aufpassen, dass unser Steuersubstrat auch in Deutschland behalten wird. Ja, es ist so auch ein bisschen die letzte Debatte, wo man sich noch mal überlegt, wie kann man denn eigentlich gucken, dass wir aus dieser Krise wieder rauskommen? Ist es der Weg, dass wir die, die in der Krise Geld gemacht haben, dafür bestrafen? Oder ist es der Weg, dass wir die, die jetzt in Zukunft Entlastungen brauchen, damit wir hier als Wirtschaftsstandort wieder stark werden, dass wir die brauchen? Und wir brauchen natürlich dringend eine Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts, Kollege Güntzler. Ich freue mich ja, wenn es in der nächsten Legislaturperiode nicht nur bei der CDU-CSU in jeder Rede hier am Podium erwähnt wird, sondern wenn es dann auch mal Eingang in die Gesetzgebung findet. Und bevor jetzt der, wenn ihr uns das gute Angebot macht, dann regieren wir natürlich gerne mit. Das erzählen wir auch genug. Es liegt halt auch immer, wie bei vielen Sachen, an Angebot. Und Nachfrage, lieber Kollege Güntzler. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich jetzt diese Stelle noch nehmen, weil es die letzte finanzpolitische Debatte in dieser Legislaturperiode ist, wo ich hier stehen darf. Ich darf mich bei allen Kollegen im Finanzausschuss noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken für die gute Zusammenarbeit im Finanzausschuss. Auch wenn wir thematisch, wie wir hier immer dem Großen Haus zeigen, sehr unterschiedlich unterwegs sind, arbeiten wir im Finanzausschuss doch eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Und ich möchte auch diese Gelegenheit hier am Pult noch mal nutzen, mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die den Finanzausschuss verlassen werden, ganz herzlich bedanken und Ihnen für die Zukunft alles Gute wünschen. Und freue mich, wenn ich mit den Kollegen, die im Finanzausschuss bleiben, und wenn ich auch wieder den Finanzausschuss darf, im nächsten Jahr daran arbeiten, dass aus dem Finanzausschuss noch viel bessere Steuergesetze kommen. Sonsten bleiben Sie mir gesund in der Sommerpause. Vielen Dank. Und wir werden die Anträge natürlich ablehnen. Das Wort geht an Lisa Paus von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Über ein Jahr Pandemie liegt inzwischen hinter uns. Hoffentlich sind bald alle, die es wollen, auch zweimal geimpft. Hoffentlich bereiten wir uns auch diesmal im Sommer besser vor, auf den Herbst als im letzten Sommer, damit dann mit Delta nicht die vierte Welle rollt und unsere Kinder wieder die Hauptleidtragenden sind. Die Krise ist noch nicht vorbei. Aber es lohnt heute wirklich eine kleine Zwischenbilanz, wie Deutschland wirtschaftlich durch die Krise gekommen ist. Wir wissen, Covid hat die Ärmsten in unserer Bevölkerung nicht nur am härtesten und am existenziellsten getroffen. Wir wissen inzwischen auch, dass sich durch Covid-19 die Schere zwischen Arm und Reich noch einmal drastisch vergrößert hat. Und wir wissen, die Wirtschaft wurde durch Covid sehr, sehr unterschiedlich getroffen. In den Straßen sehen wir langsam, wie viele Geschäfte, wie viele Kneipen, Cafés, wie viele Restaurants aufgeben mussten. Und alle kennen sicherlich aus ihrem Bekanntenkreis mindestens noch mal genauso viele, die mit verdeckter Not zu kämpfen haben, gerade Solo-Selbstständige, Veranstalter, Kulturschaffende. Auf der anderen Seite ist der größte Teil der Wirtschaft Gott sei Dank auch dank Milliarden öffentlicher Mittel ganz ohne wirtschaftliche Einbußen durch die Krise gekommen. Und es gab auch Dritte, die aufgrund des Lockdowns sogar von der Krise profitiert haben. Zum Beispiel Maskendealer von der CDU, CSU, zum Beispiel Supermarkt- und Baumarktketten, zum Beispiel DHL und andere Paketlieferer, vor allem aber Amazon und Co. während der stationäre Einzelhandel zusehen und Hygienekonzepte machen musste. Und das, meine Damen und Herren, das ist mindestens aus drei Gründen bitter. Erstens. Amazon profitierte zwar am meisten. Amazon hat seine Milliardengewinne verdreifacht. Amazon zahlt aber von diesen Erträgen keinen einzigen Euro Steuern für das Gemeinwesen Deutschland. Und das ist ein Problem, meine Damen und Herren. Zweitens. Das ist nicht nur bitter für unser Gemeinwesen, sondern eben auch für den stationären Einzelhandel. Denn der Einzelhandel hat Markteinteile verloren. Der Einzelhandel hat im Gegensatz zu den vollen Kassen von Amazon selbst jetzt leere Kassen. Und der Einzelhandel muss jetzt trotzdem Geld investieren in neue, angepasste Geschäftsmodelle. Das ist kein fairer Wettbewerb, meine Damen und Herren. Und drittens ist es bitter, weil es so nicht hätte kommen müssen. Wir Grüne, wir fordern seit Jahren die faire Besteuerung zwischen dem Café um die Ecke und Starbucks, zwischen dem lokalen Einzelhandel und Amazon und Co. Und schon seit 2017, 2018 liegen Vorschläge der EU-Kommission für eine europäische Digitalsteuer auf dem Tisch. Aber Deutschland, vorneweg Olaf Scholz und die CDU und CSU haben diese Vorschläge auf europäischer Ebene blockiert. Und dabei hatten Merkel und Olaf Scholz noch 2018 in Meseburg verkündet, dass die Digitalsteuer kommt. Aber auf Druck von Lobbyverbänden haben Scholz, haben Altmaier diese Pläne fallen lassen. Und das Recht sich eben jetzt in dieser Krise doppelt. Es geht zu Lasten des Einzelhandels und führt zur Veredung der Innenstädte, meine Damen und Herren. Daran ändert jetzt auch die Feier von Olaf Scholz zu jüngst vom G7-Gipfel verkündeten 15 Prozent Mindeststeuer erst einmal gar nichts. Denn die Wahrheit ist, der G7-Beschluss zur Mindeststeuer verdeckt, dass man sich eben gerade nicht, wie eigentlich vereinbart, unter den 137 OECD-Staaten bereits geeinigt hat. Das war der Plan. Das war das Versprechen von Olaf Scholz. Statt einer europäischen Digitalsteuer hatte er versprochen, eine weltweite, spätestens 2021. Aber geliefert bisher nichts. Und selbst wenn ich mal unterstelle, dass der G7-Beschluss irgendwann auch gesetzt würde, ob dann diese von Olaf Scholz verhandelte globale Mindeststeuer wirklich zu einer Verringerung der Steuerlücke bei Digitalkonzernen führen wird, das bleibt wahrlich abzuwarten. Amazon beispielsweise macht 7,7 Prozent seines weltweiten Umsatzes zurzeit in Deutschland. Laut G7-Kompromiss wird es aber auch weiterhin dann so sein, dass diese 7,7 Prozent nicht der deutschen Besteuerung unterliegen, sondern nur 20 Prozent davon. Oder womöglich nur 20 Prozent vom Residualgewinn davon. Der Rest wird vermutlich weiterhin in Steuersümpfe fließen, vermutlich sogar mehr. Denn da man sich nicht einmal unter den G7-Ländern auf 21 Prozent Mindestbesteuerung einigen konnte, sondern nur auf 15 Prozent, bleibt die Gewinnverschiebung weiterhin attraktiv. Die unfaire Verteilung von Last und Profit in der Covid-Krise, die findet aber jetzt statt. Und weltweit gibt es deswegen nicht nur hier und nicht von früher, sondern weltweit findet aktuell eine Diskussion darüber statt, ob und wie die Unternehmen, die durch die staatlichen Maßnahmen eine Art Monopolgewinne machen konnten, weil die Märkte für andere eben eingeschränkt waren, wie diese Unternehmen einen Teil dieser Extraprofite durch eine Extrasteuer an das Gemeinwesen zurückgeben. Ökonomen weltweit empfehlen es. Der IWF weltweit empfiehlt es. Die südkoreanische Regierung diskutiert es. Es gibt historische Beispiele, die zeigen, dass so eine Maßnahme wichtig sein kann, um eben das Vertrauen in die Fairness von Politik und Wirtschaft zu erhalten, damit diese keinen Schaden nimmt. Und es gibt auch konkrete Vorschläge der Umsetzung, wie zum Beispiel die Invested Capital Method oder auch die Average Earnings Method. Eine solche Maßnahme wäre auch mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat ein von mir beauftragtes Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes bestätigt. Die Krise ist noch nicht vorbei. Der Zeitpunkt für solche Überlegungen in Deutschland ist aktuell definitiv zu früh. Aber der Fall Amazon versus Einzelhandel zeigt, es gibt Handlungsbedarf. Wir werden darüber reden müssen. Und wir brauchen noch eine höhe globale Mindeststeuer, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das Wort geht an die CDU-CSU-Fraktion und Sebastian Priem. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin dankbar für diesen Tagesordnungspunkt und die letzte steuerpolitische Debatte und die Anträge der Linken. Denn die Diskussion darum zeigt deutlich, welche unterschiedlichen Zukunftskonzepte zum Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit und damit zum Erhalt der Arbeitsplätze in unserem Land zur Wahl stehen. Wir haben in dieser Wahlperiode als CDU-CSU-Bundestagsfraktion viel vorangebracht. Wir konnten in der größten Krise der Nachkriegszeit wichtige Impulse und Maßnahmen setzen für den Erhalt der Arbeitsplätze und die Stabilisierung unserer mittelständischen Struktur. Dies konnten wir nur erreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir ein Jahrzehnt lang solide Haushaltspolitik gemacht haben, ohne neue Schulden und sogar mit einem deutlichen Abbau der Staatsverschuldung bis zur Krise. Das ist die Handschrift der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Kein Land, liebe Kollegen, kein Land in Europa, kein Land in der Welt konnte solche Leistungen erbringen wie wir in der Krise, ob es das wichtigste Instrument war mit dem Kurzarbeitergeld, die notwendigen Hilfen für die Pandemie der Unternehmen, die Entlastung und Unterstützung der Familien oder die großen Investitionen in unsere Infrastruktur und in unsere Kommunen. Nur durch diese solide Politik war dies möglich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist ein großer Unterschied zwischen den Parteien hier im Hause. Wir wollen zu dieser soliden Haushaltspolitik mit einer schwarzen Null schnellstmöglich zurückkehren, weil das nachhaltige Politik für unsere Zukunft ist. Hier gibt es unterschiedliche Konzepte zwischen Rot-Rot-Grün und uns in der Mitte. Ich glaube, wir brauchen das dringend, um auch die künftigen Generationen damit nicht zu belasten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Krise hat aber auch gezeigt, dass in manchen Bereichen, ob in Bildung, in der öffentlichen Verwaltung oder auch im Mittelstand, noch enorme Investitionen in Digitalisierung, Internationalisierung und die Klimaneutralität bevorstehen. Gerade an diesem Punkt, liebe Kollegen, glaube ich, sei es auch erlaubt, zum Abschluss dieser Sitzungswoche einmal Danke zu sagen. Danke an die Familien, die in der Pandemie sehr, sehr stark belastet waren. Danke an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit waren und die vielen Fleißigen, die unter schwierigsten Bedingungen gearbeitet haben. Danke an die Hotellerie, Gastronomie, die Schausteller, die Messe- und Reiseveranstalter, nicht zuletzt auch die Kunst- und Kulturschaffenden und viele andere für ihre Geduld, für das konstruktive Miteinander in diesen schweren Zeiten. Ich habe davor großen Respekt. Das war für niemanden einfach. Danke möchten wir von dieser Stelle einfach auch mal sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nun geht es darum, wie wir ein Programm für Wachstum, für Stabilität und Erneuerung, für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in unserem Land und für die Stärkung von Made in Germany erreichen. Jetzt kommt der wesentliche Unterschied hier im Hause, der in dieser Diskussion, glaube ich, auch sehr deutlich wird. Die eine Seite des Hauses will abschöpfen, mehr Belastungen für den deutschen Mittelstand, Einführung einer Vermögensteuer, Einführung einer Vermögensabgabe oder sogar eines Lastenausgleichs. Dieses Konzept der Linken, der Grünen und der SPD wird Arbeitsplätze in Deutschland kosten und wird die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland nachhaltig schädigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die andere Seite haben wir in dieser Woche ja auch in der Europadebatte erlebt, will aus dem europäischen Binnenmarkt und aus Europa aussteigen, eine der wesentlichen Grundlagen für unseren Wohlstand und leugnet den Klimawandel. Aber nur wer Liquidität hat, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur wer Liquidität hat, kann auch in Zukunft investieren. Schränken wir die Liquidität ein durch Abschöpfung von Gewinnen, durch Mehrbelastung, durch Substanzbesteuerung, wie Sie das fordern, wird die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit in unserem Land nachhaltig beschädigen. Wir wollen eine Besteuerung in Deutschland natürlich auch vornehmend für die Konzerne, die Wertschöpfung in Deutschland haben, die Digitalkonzerne, selbstverständlich. Aber, lieber Kollege De Masi, ich glaube, das kann nicht einfach national mit einem Antrag wie jetzt so in einem Satz runtergeschrieben stattfinden, sondern es muss international abgestimmt sein. Und diese internationale Abstimmung wurde ja auch in der Debatte schon erwähnt, findet statt und konnten wichtige Impulse gesetzt werden. Aber es geht um zwei Dinge. Einmal um die Mindestbesteuerung in der internationalen Besteuerung. Hier konnten wir einen ersten Erfolg erreichen. Und zweitens geht es dann darum, letztlich die Digitalbesteuerung zu machen. Aber da ist es gar nicht so einfach, weil eben Deutschland als Exportnation, wenn wir das Fehler machen, es in national einzuführen, eben mehr Steuern verlieren würde als bekommen. Und jetzt komme ich zum ersten Satz. Außerordentliche in den Pandemiezeilen erziehte Gewinne von Unternehmen, der inländischen Gewinnbesteuerung unterliegen, abschöpfen. So, also damit schöpfen Sie nicht bei denen ab, die Sie abschöpfen wollen, sondern damit schöpfen Sie ab beim deutschen Mittelstand. Und jetzt nehme ich mal einen ganz normalen deutschen Mittelständler. Nehmen wir mal einen Handwerksbetrieb, der vielleicht in der Pandemie mehr verdient hat, weil viele doch umgebaut haben, weil viele Baumaßnahmen stattgefunden haben, weil die Preise auch gestiegen sind. Die Mitarbeiter waren fleißig und haben unter Pandemiegesichtspunkten gearbeitet. Er hat einen Mehrgewinn gemacht, zahlt 52 Prozent Steuern in Deutschland und wird jetzt durch einen Mehrgewinn und durch eine Abschöpfung belastet. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, das ist Planwirtschaft. Das ist doch keine soziale Marktwirtschaft. Und mit uns kann dieses nicht passieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommt übrigens, wenn Sie abgeschöpft haben, noch die Vermögensteuer dazu und für die nächste Generation die höhere Erbschaftssteuer. Wir wollen ein anderes Konzept. Ich glaube, es schaffen wir nur, wenn wir mit Wachstum aus der Krise kommen. Und Wachstum schaffen wir nur, indem wir Liquidität für die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch die Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen schaffen. Und dies haben wir in unserem Programm so stehen. Wir wollen damit mehr Einnahmen im Staat haben und die Kosten der Pandemie abzufedern. Und wir werden das auch schaffen. Wir brauchen Investitionen in Digitalisierung, einen Umbau hin zu einer nachhaltigen und ökologischen Marktwirtschaft. Und jeden Cent, den Sie jetzt abschöpfen, jeden Cent, den Sie jetzt abschöpfen, der trägt dazu bei, dass es zu weniger Investitionen kommt und dass die Motivation der Unternehmerinnen und Unternehmer auf dem Nullpunkt ist. Und wir brauchen ein neues Vertrauen in unseren Mittelstand, ohne Neid, ohne Missgunst, sondern mit sozialer Marktwirtschaft. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu gehört die Modernisierung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland. Hier haben wir ein weitreichendes Konzept vorgelegt. Und dazu gehört auch, die kleineren und mittleren Einkommen zu entlasten. Und dieses Vertrauen wollen wir geben. Deswegen steht auch in unserem Wahlprogramm gemeinsam für ein modernes Deutschland. Herzlichen Dank. Dankeschön. Das Wort geht an Volker Münz von der AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Linke hat in ihrem Antrag auf eine Investitionspflicht zwar mit der Feststellung recht, dass die öffentliche Infrastruktur in Deutschland in einem schlechten Zustand ist. Ja, Deutschland investiert zu wenig in seine Infrastruktur und gefährdet damit seinen Wohlstand. Unser Staat lebt von der Substanz in vielfacher Hinsicht. Die Bundesregierung, die Landesregierungen und die Kommunen fahren die Infrastruktur auf Verschleiß, egal wo man hinschaut, bei Straßen, Brücken, Bundeswehr und anderem. Hier muss dringend gegengesteuert werden, meine Damen und Herren. Völlig falsch wäre es allerdings, dafür die Schuldenbremse abzuschaffen. Und darum geht es doch der Linken hier. Und dem werden wir nicht zustimmen, meine Damen und Herren. Dabei kommt der Antrag der Linken aus dem Oktober 2019 auch noch völlig zur Unzeit. Die Schuldenbremse ist ausgesetzt worden. Es wird Geld ausgegeben, als gäbe es kein Morgen. Im letzten Jahr wurden Nettokreditaufnahmen von 130 Milliarden Euro getätigt. Und in diesem Jahr werden 240 Milliarden Euro geplant, so viel wie noch nie zuvor. Diese gigantische Schuldenaufnahme wird in weiten Teilen nicht investiv ausgegeben, um zum Beispiel den Investitionsstau abzuarbeiten, sondern überwiegend für konsumtive Ausgaben. An dem Schuldendienst werden noch die nachkommenden Generationen zu tragen haben. Die Aufhebung der Schuldenbremse verstößt eklatant gegen das Prinzip der Generationengerechtigkeit, meine Damen und Herren. Auf den Investitionsstau mit einer dauerhaften Lockerung bei der Schuldenaufnahme zu reagieren oder mit einer jährlichen Ausgabenverpflichtung ist falsch, meine Damen und Herren. Ganz im Gegenteil müssen die Haushalte jetzt wieder konsolidiert werden. Darauf kommt es jetzt an. Gleichzeitig die Investitionslücke in Deutschland zu schließen, ist möglich. Wenn investive Ausgaben stärker in den Vordergrund rücken, anstatt auf immer neue Subventionen, Transferausgaben und planwirtschaftliche Maßnahmen zu setzen, die die Finanzmittel an falscher Stelle binden. Es müssen also Fehlallokationen und schuldenfinanzierter Konsum zurückgeführt werden. Statt die Schuldenbremse aufzugeben, müssen nichtinvestive Ausgaben, insbesondere für linke Ideologien, drastisch reduziert werden. Kredite sollten immer investiv verwendet werden, um nicht die Haushaltsspielräume zukünftiger Generationen einzuschränken. Daher wird meine Fraktion auch diesen Antrag der Linken ablehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt unsere Kollegin Sonja Amalie Steffen von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Fraktion Die Linke! Auch ich möchte mich für Ihren Antrag ausdrücklich bedanken, und zwar gleich aus mehreren Gründen. Es gibt mir die Gelegenheit, meine letzte Rede hier im Bundestag zu einem wichtigen Thema zu halten. Und ich kann meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass wir vieles von dem, was Sie in Ihren Anträgen fordern, schon in die Wege geleitet haben. Anscheinend haben Sie Ihre eigenen Anträge vor der Debatte gar nicht mehr gelesen, denn dann wäre Ihnen doch aufgefallen, dass Sie zum Teil längst überholt sind. Unser Finanzminister Olaf Scholz hat bereits dafür gesorgt, dass sich die G-7-Staaten auf eine Internetsteuer geeinigt haben. Mein Kollege Bernhard Daldrup hat es bereits wunderbar erklärt. Ich fasse mich daher kurz. Internetkonzerne müssen in Zukunft Steuern zahlen da, wo sie ihren Umsatz erwirtschaften, und nicht da, wo sie ihren Sitz haben. Damit werden viele Steuersparmodelle der Vergangenheit angehören. Zusammen mit dem weltweiten globalen Mindeststeuersatz schaffen wir also genau das, was Sie jedenfalls zum Teil fordern. Wir bitten die Internetgiganten wie Amazon, Facebook und Google zur Kasse, und damit können wir auch bei uns in Deutschland mit mehreren Milliarden an Steuermehreinnahmen rechnen. Ihr zweiter Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, der gehört erst recht in die Mottenkiste. Wenn jetzt schon drei Rednerinnen und Redner, nämlich der Kollege Günstler, die Kollege Hessel und ich, diesen Begriff verwenden, dann würde ich mir spätestens an Ihrer Stelle wirklich ernsthaft Gedanken machen. Sie wollen mit dem Antrag aus 2019 eine Investitionspflicht einführen. Das hört sich ja so an, als würden wir gar nicht investieren. Dabei investieren wir Land auf, Land ab. Alleine im aktuellen Haushalt 2021 investieren wir insgesamt 61,9 Milliarden Euro. Der Kollege Dahlrup hat es vorhin schon gesagt, davon 38 Milliarden Euro für die Kommunen. Mit der mittleren Finanzplanung werden wir bis 2025, die ist ja letzte Woche veröffentlicht worden, mit Olaf Scholz als unserem Bundeskanzler über 200 Milliarden Euro in Investitionen stecken. Ihre Anträge sind also bereits jetzt Geschichte, liebe Linke. Meine Zeit im Bundestag allerdings auch schon recht bald. Ich werde dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören, und daher ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Während ich aktuell ganz viele letzte Male habe, das geht den anderen, die sich verabschieden, wahrscheinlich ähnlich, und mich von Arbeitsgruppen, Gremien, Ausschüssen und allen möglichen verabschiede, habe ich am Mittwoch auch noch etwas komplett Neues erlebt. Ich wurde nämlich zumindest bis zum Ende der Legislaturperiode noch zur Vorsitzenden der Wahlrechtskommission gewählt und habe zum ersten Mal einen Ausschuss geleitet. Und ja, ich war fast so aufgeregt wie damals bei meiner ersten Rede 2009. Vorgeschlagen für den Vorsitz wurden der Kollege Ansgar Heveling von der CDU und ich. Und zwar wurden wir vorgeschlagen von Britta Hasselmann von den Grünen. Und gewählt wurden wir fraktionsübergreifend. Und spätestens jetzt denken Sie wahrscheinlich, warum erzählt sie das in ihrer letzten Rede? Es geht mir um etwas, was hier im Plenum nicht immer ersichtlich wird, nämlich darum, dass wir in den Ausschüssen und auf der Arbeitsebene überwiegend gut und fraktionsübergreifend zusammenarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich 2009 neu in den Deutschen Bundestag kam, da gab es, weil ich ging in den Rechtsausschuss, einen Staatssekretär im Justizministerium, den vor allem die Kolleginnen und Kollegen von der FDP vielleicht noch gut kennen, aber viele andere auch. Es war Max Stadler von der FDP, der im Justizministerium dann eben Staatssekretär wurde. Einige von Ihnen werden sich noch an ihn erinnern. Jedenfalls, wir waren damals, die SPD war damals in der Opposition, aber er hatte immer ein Ohr für unsere Anliegen. Er war nicht nur ein feiner Kerl, sondern ich habe bei ihm gelernt, was gute kollegiale Zusammenarbeit bedeutet, und zwar unabhängig vom Parteibuch. Und dass man immer dann am erfolgreichsten ist, dass man immer dann am erfolgreichsten ist, wenn man zusammenarbeitet, haben wir auch in der Region unter Beweis gestellt. Liebe Eckhardt Rehberg, liebe Kerstin Kassner und liebe Claudia Müller, ihr wisst, wovon ich rede. Besonders genossen habe ich auch die kollegiale Zusammenarbeit in den Ausschüssen. Ich freue mich, dass zu dieser Stunde noch so viele Kolleginnen und Kollegen von dem Haushaltsausschuss da sind. Und ich hoffe, dass wir unseren Herdenschutzesel einpacken und dann wie Hase und Igel am nächsten Black Friday gemeinsam über die Brunsbüttler Schleuse zum Reeperbahnfestival segeln, um dort gemeinsam einen Glühwein zu trinken. Und wer diesen Insider jetzt versteht, der weiß, ich komme nun zum Schluss. Gestatten Sie mir, am Ende meiner letzten Rede noch zwei Namen zu nennen, die mir nicht nur Kollegen, sondern auch echte Freunde waren. Es ist sehr schade, dass Sie heute nicht dabei sein können. Das ist Toni Schaaf und das ist Thomas Oppermann. Liebe Dagmar, ich freue mich sehr, dass du mir heute den Rücken stärkst. Aber ich bin lange Zeit fest davon ausgegangen, dass bei meiner letzten Rede Thomas hinter mir im Präsidium sitzen wird und dass ich dann anschließend mit Toni ein Bier zusammen trinken werde. Jedoch, was bleibt, ich bin dankbar für die vielen tollen Menschen und Begegnungen in den Jahren hier im Parlament und vor allem in meiner SPD-Fraktion. Ich bedanke mich auch bei meinem Team. Ich weiß, Sie hören das nicht gern, aber Sie sitzen oben auf der Tribüne. Und wie wir alle wissen, ohne ein gutes Team wären wir nichts. Daher auch an Sie. Herzlichen Dank. Und ich bin vor allem dankbar, dass ich drei Legislaturperioden Abgeordnete des Deutschen Bundestages sein durfte. Macht es gut. Herzlichen Dank, liebe Kollegin Steffen. Das Präsidium bedankt sich im Namen des Hauses für die immer sehr kollegiale, konstruktive Zusammenarbeit. Wir wissen, was wir an Ihnen hatten und was wir mit Ihnen verlieren, wünschen Ihnen beruflich viel Erfolg und vor allem im persönlichen Bereich alles, alles Gute. Dankeschön. Das Wort geht an Christian Hase von der CDU-CISO-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Und täglich grüßt das Murmeltier mal wieder ein Antrag der Linken zu öffentlichen Investitionen nach dem Mottos viel Geld hilft viel, Schulden machen kostet nichts, verfassungsrechtliche Zuständigkeiten kümmern uns nicht. Ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Detailarbeit würde ich von einer Oppositionspartei erwarten. Ja, wir müssen unsere Infrastruktur erhalten. Ja, es gibt auf der kommunalen Ebene einen Investitionsstau. Nein, es liegt nicht allein am fehlenden Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Blick auf den Bundeshaushalt zeigt es schon. Die bereinigten Ausgaben für öffentliche Investitionen sind von 25 Milliarden im Jahr 2014 bis 2019, also vor der Krise, auf 38 Milliarden Euro gestiegen. Ein Zuwachs von circa 9 Prozent pro Jahr, und das mit der Schuldenbremse. Deshalb schon mein Hinweis an alle, die Steuererhöhungen und Schulden als einzige Lösung für die finanziellen Herausforderungen der Zukunft sehen. Nein, wir sollten alle Bemühungen darauf setzen, Wachstum und Beschäftigung in unserem Land zu schaffen. Meine Damen und Herren, die Investitionsausgaben sind wesentlich schneller gestiegen als sowohl die Einnahmen als auch die konsumtiven Ausgaben. Es ist also auch eine Frage der richtigen Priorisierung. Ich sehe aber keinen Vorschlag im Antrag, wobei konsumtiven Ausgaben, zum Beispiel bei den Sozialleistungen, gespart werden soll. Das trauen sich die Linken anscheinend nicht. Aber lassen Sie uns auf den Kern des Problems kommen. Der Schuh drückt doch an einer ganz anderen Stelle. Wir bekommen die ausreichend vorhandenen Mittel nicht oder nicht schnell genug auf die Straße. Noch mehr Geld ins Schaufenster zu stellen und am Ende des Haushaltsjahres wieder einzusammeln, hilft niemandem, meine Damen und Herren. Oder schauen wir uns ein Sondervermögen an, den Kommunalinvestitionsförderungsfonds. Trotz eines Bundesanteils von 90 Prozent flossen die Fördermittel zunächst sehr langsam ab. Nach anderthalb Jahren waren weniger als 1 Prozent der 3,5 Milliarden ausgezahlt worden. Nach drei Jahren waren es dann 18 Prozent der Mittel. Der Fonds musste anschließend mehrfach verlängert werden. Wo also drückt der Schuh? Insbesondere im Bausektor sind die Kapazitäten seit längerer Zeit ausgelastet. Mehr Geld bringt also nicht automatisch mehr Investitionen. Eine zusätzliche Nachfrage in Milliardenhöhe sorgt vielmehr für weitere Preiserhöhungen. Private Investoren, etwa im Wohnungsbau, hätten dann das Nachsehen. Die Linken wollen also Bauen und Mieten noch teurer machen. Wo wir allerdings ansetzen können, ist ein weiterer Flaschenhals, die Planungs- und Genehmigungsverfahren. Klar, man kann jetzt wie die Linken sagen, viel Geld hilft viel. Wir brauchen einfach mehr Planungskapazitäten. Oder man geht mit Steuergeld verantwortungsvoll um und arbeitet stattdessen am Entfesselungspaket, um Planung und Genehmigung zu beschleunigen. Als Union haben wir in dieser Legislaturperiode bereits die Investitionen im Verkehrssektor vereinfacht. Für die weitere Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren haben wir konkrete Vorschläge. Komplett digitalisierte Planungsprozesse, Nutzen der Blockchain-Technologie, eine neue Beteiligungskultur, die mehr Transparenz bringt und alle Akteure frühzeitig einbindet, den Verwaltungsrechtsweg optimieren, einheitliche Standards bei umweltfachlichen und technischen Fragen, bessere Vernetzung der Behörden und auf EU-Ebene ein einfaches Beschaffungs- und Vergabeverfahren. Diesen kurzen Auszug aus unserem aktuellen Regierungsprogramm macht deutlich, dass viel mehr möglich ist als das linke Mantra von Viel Geld hilft viel. Deshalb an dieser Stelle die ganz klare Ansage. Die Schuldenbremse bleibt, meine Damen und Herren, denn sie hat sich bewährt. Verbesserungsbedarf herrscht an anderer Stelle. Unser föderaler Staat braucht klare Zuständigkeiten, um effektiv zu arbeiten. Die Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, wer für was in unserem Staat verantwortlich ist. Die Mischfinanzierung hat seit den letzten großen Föderalismusreformen aber leider wieder zugenommen. Es steht außer Frage, dass der Schwerpunkt der staatlichen Investitionstätigkeit nicht beim Bund oder in den Ländern, sondern auf der kommunalen Ebene liegt. Das ist auch gut so. Vor Ort trifft man nämlich passgenaue Entscheidungen. Dafür brauchen die Kommunen aber auch eine angemessene Finanzausstattung. Verlässliche Finanzierungsquellen sind dabei besser als bürokratieintensive Förderprogramme. Ein positives Beispiel bei der Entlastung der Kommunen waren die 3,4 Milliarden, die wir zusätzlich zur Verfügung gestellt haben bei den Kosten der Unterkunft oder die Übernahme der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder im letzten Jahr. Das war ein guter Einmaleffekt. Was wir brauchen, ist aber eine nachhaltige Finanzierung. Deswegen setzen wir uns dafür ein, die Umsatzsteueranteile für die Kommunen in der nächsten Legislatur zu erhöhen. Geld ist also grundsätzlich im Staatsgefüge ausreichend vorhanden. Es kommt auf die richtige Priorisierung und Zuteilung an. Unser Motto ist daher nicht, viel Geld hilft viel, sondern konkrete Politik. Planungsverfahren straffen, Bürokratie fesseln lösen, Misszuständigkeiten abbauen. Unser Regierungsprogramm zeigt den Weg. Folgen Sie uns. Vielen Dank. Als letzte Rednerin in der Debatte hören wir Chancellor Kitzelthebe von der Fraktion der SPD. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Legislatur ist fast zu Ende, aber es gibt noch immer viel zu tun. Kein Beispiel zeigt das so sehr wie der Fall Amazon. Das Unternehmen ist der Prototyp des digitalen Kapitalismus. Es geht um grundsätzliche Probleme, die auch strukturelle Lösungen brauchen. Es fängt bei der Besteuerung an. Amazon hat es perfektioniert, sich vor der Finanzierung des Gemeinwesens zu drücken. Wie kaum ein anderes Unternehmen landet Amazon immer wieder in den Schlagzeilen, weil es so wenig Steuern zahlt. Sogar die Corona-Rekordumsätze konnte das Unternehmen in einen Minus umrechnen. Darauf kann es nur eine Antwort geben. Make Amazon pay. Dafür müssen wir unser Steuersystem grundsätzlich reformieren. Auf der OECD-Ebene haben wir diesen Prozess angestoßen. Nicht ohne Grund sprechen Kommentatoren von einer Steuerrevolution. Geplant sind neue Besteuerungsrechte für Übergewinne und eine globale Mindestbesteuerung. Und das verdanken wir Olaf Scholz. Wie kein anderer hat der Finanzminister für diese internationale Reform gekämpft. Die digitale Wirtschaft muss endlich fair gesteuert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was Die Linke hier hingegen als Antrag vorgelegt hat, ist leider vollkommen unausgegoren und überholt. Und diesen Schnellschuss tragen wir auch nicht mit. Doch bleiben wir bei Amazon. Der Fall wirft weitere grundsätzliche Fragen auf. Unter anderem die uralte Frage der guten Arbeit. Denn eines ist klar, die meiste Arbeit bei Amazon ist nicht innovativ, sondern prekär. Damit ist Amazon nicht alleine. Eine ganze Reihe von Start-ups und Fintechs predigen Innovationen, entwickeln aber neue Formen der Ausbeutung. Und unter dem Deckmantel von flachen Hierarchien und cooler Unternehmenskultur höhlen sie die Errungenschaften der Arbeiterbewegung aus. Oft behaupten sie nämlich, Mitbestimmung gehört in die Old Economy. Das ist ein Märchen. Und das zeigen auch die zahlreichen Streiks bei Amazon oder bei Gorillas in meinem Wahlkreis in Friedrichshain-Kreuzberg deutlich. Auch in der New Economy geht es um gute Arbeit und gute Löhne. Und deswegen kann auch hier nur die Antwort sein, Make Amazon Pay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19-28525 mit dem Titel Abschöpfung der Extraprofite von Krisengewinnern wie Amazon. Wer stimmt für diesen Antrag? Fraktion Die Linke. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Und wer enthält sich? Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Antrag ist damit abgelehnt. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Öffentliche Infrastruktur erhalten, Investitionspflicht einführen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-22256 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19-14375 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Fraktionen SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Wer stimmt dagegen? Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 40. Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Dritten Untersuchungsausschusses nach Artikel 5.